Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein ungewöhnlicher Parteitag und ein ungewöhnlicher Bericht des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir fehlt die Halle, mir fehlt das Vibrierende, mir fehlt der Lärm, mir fehlen die vielen Gespräche, das Wiedersehen mit vielen Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Und nicht nur deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alles dafür tun, dass wir aus dieser fürchterlichen Corona-Krise schnell herauskommen. Und genau das hat uns auch in unserer Arbeit als Parlamentsfraktion im letzten Jahr geleitet, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir aus Corona wieder herauskommen. Wir haben den Bundesregierungen und Landesregierungen den gesetzlichen Rahmen gegeben für ihre Corona-Verordnung. Wir haben die Mittel bereitgestellt für Konjunkturpakete, für Hilfen, für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Wir haben Infektionsschutzgesetze geändert und wir haben natürlich auch immer wieder hinterfragt, ob das, was die Regierung macht, richtig ist. Denn das gehört auch zu einer Parlamentsfraktion dazu, einer Regierungsfraktion dazu, dass sie diese Aufgabe erfüllt. Aber wir haben das immer konstruktiv gemacht, weil wir wussten, es geht um ganz viel, es geht um die Gesundheit, es geht um das Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Aber Corona war nicht alles, denn das Leben ist weitergegangen. Wir mussten viel, viel investieren in die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts, unsere Arbeitsplätze. Zukunft der Arbeit war die Überschrift für ganz, ganz viele Maßnahmen. Der Klimawandel hat keine Pause gemacht. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir als Nachhaltigkeitspartei es geschafft haben, Themen wie Kohleausstieg zu lösen, neue Grundlagen für die erneuerbaren Energien zu schaffen, viel, viel mehr für Elektromobilität zu tun. Und vor allen Dingen – und da geht mir das Herz auf – ganz, ganz viel Technologie im Bereich Umweltschutz auf den Weg zu bringen. Ich nenne da nur Wasserstoff. Aber nicht nur der Klimawandel hat keine Pause gemacht. Auch die Welt um uns herum und in Deutschland hat sich verändert. Und deswegen ist äußere und innere Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema der Union. Wir sind die Fraktion gewesen, die die Bundeswehr und unsere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer immer wieder gestützt hat, ob es um Geld oder bewaffnete Drohnen ging. Und wir sind die Partei, wir sind die Fraktion, die ganz, ganz viel im Bereich innere Sicherheit getan hat. Wir stehen hinter unseren Sicherheitskräften. Wir statten sie mit Mitteln aus. Wir statten sie mit gesetzlichen Kompetenzen aus. Megathema für uns ist der Bereich Bildung. Und auch da haben wir als Bund das getan, was wir tun konnten und wollen noch viel mehr zusammen mit den Ländern machen. Und die große Überschrift darüber ist immer wieder Zusammenhalt der Gesellschaft. Denn darum geht es. Es darf nie in Deutschland das passieren, was in den Vereinigten Staaten passiert ist, dass eine Gesellschaft sich spaltet. Und Zusammenhalt der Gesellschaft – und das müssen wir unseren Koalitionspartnern immer wieder erklären – ist nicht nur Umverteilung, sondern das heißt, die Mitte in die Mitte zu nehmen. Die Leute, die morgens aufstehen, ihre Kinder zur Schule bringen, dann arbeiten gehen und abends in Ehrenamt stetig sind. Und deswegen bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir das Ehrenamt mehr fördern. Ich bin sehr stolz darauf, dass sich Leistung lohnt. Dass wir die kalte Progression abgeschafft haben. Dass wir das Kindergeld erhöht haben. Und dass wir für 90 Prozent der Zahler den Solidaritätszuschlag jetzt abgeschafft haben. Die Mitte in die Mitte zu nehmen. Darauf kommt es an. Und wir wollen jetzt keinen Wahlkampf machen die nächsten neun Monate, sondern hart weiterarbeiten bis zum Ende der Legislaturperiode. Wir wollen nicht über die Stöckchen springen, die uns andere hinsetzen, sondern wir wollen unser eigenes Spielfeld, unsere eigenen Themen definieren und auch durchsetzen. Und das ist die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Arbeitsplätze. Das ist innere und äußere Sicherheit, unser Leib- und Magenthema, wo keine Parteienfamilie so für steht wie die Union. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, was ich mir nicht länger wegnehmen lassen möchte von anderen Parteien. Das ist unsere DNA-Nachhaltigkeit. Das ist das Megathema Bildung, was uns die zehn Jahre unglaublich beschäftigen wird. Und das ist immer wieder der Zusammenhalt der Gesellschaft. Und zusammen, das ist das richtige Stichwort. Wir haben das alles in der Unionsfraktion mit 246 Abgeordneten aus CDU und CSU gemacht. Und das Verhältnis zwischen CDU und CSU ist exzellent. Gemeinsam sind wir stark. Ein herzliches Dankeschön dafür an Alexander Dobrindt und an Markus Söder. Aber auch ein herzliches Dankeschön an unsere Landtagsfraktion, mit denen wir auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Die Landesregierung unter Unionsbeteiligung, das klappt richtig gut. Das ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank. Ein ganz dickes Dankeschön auch an die Bundesregierung, an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, wir sind in den letzten zwei Jahren als Unionsfraktion nicht immer einfach gewesen. Wir sind kritisch und wir sagen es auch laut, wenn uns Dinge nicht passen. Aber am Ende kann man sich auf uns immer verlassen. Die Unionsfraktion steht. Und wenn wir das auch aus diesem Parteitag mitnehmen, dass wir kritisch diskutieren, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber am Ende des Tages immer alles zusammen machen, dann ist mir nicht bange vor dem Jahr 2021. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, leider zu Hause, einen guten Verlauf dieses Parteitages.